hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge moin wenn ich noch mal ich habe noch von charlie kröger die rechnung hat er mir mitgegeben ja danke fast dann gleich mal auf hier gar keinen bock das ist bestimmt wieder horrend und ich ähm also ja dann bis nach ja dann auf wiedersehen jetzt bleibt die arbeit wieder liegen alter der will 23.000 für das dreschen das sind drei rechnungen drei stück also 23.000 für das dreschen hä ne rechnung für ein manntgx ich hab doch gar keinen immer im tgx ach doch hab ich ne hab ich nicht ne lkw hab ich nicht der lkw der gehört müller so ok der häxler der ist ok 7600 7 6 23 9 30 5 nee 3 27 7 6 hab ich gesagt ähm 29 9 30 5 30.500 1000 100 30 30 40 41 41 42 41 42 42 30.500 Ring 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 Volker Baruna, Hallo Guten Tag Herr Baruna, früher am Apparat Ich habe nachgeschaut beim Xerion 5000 da keine Frontzabfälle Auch nicht? Auch nicht Schade, aber egal Aber wenn Sie jetzt schon mal anrufen Ich habe jetzt drei Rechnungen vom Herrn Oberhauser gekriegt Ja Da ist ein MAN TGX mit dabei Ja Ich besitze keinen MAN TGX Der gehört dem Herrn Müller vom Schafhof Ich habe mich da verschrieben Kann das sein? Alles andere wäre auch ziemlich teuer für 8000 Moment, Moment, Moment Die 51 008 21 Ja, Moment Ah, Arbeitskraft Beratung und Arbeitskraft Ja, Moment Diese Ordnung hier Ich liebe sie Ordnung ist das halbe Leben Ja, bei dem ganzen Papiergramm mittlerweile Dann Chaos die andere Hälfte Ja Ja, werde ich überprüfen Das ist also Herr Müller Ja, soweit ich weiß Und die anderen zwei komme ich auf 30.500 zusammen Dann überweise ich Ihnen das gleich Ähm, wir haben ja aber noch die eine Rechnung auch von Ihrer Erwartung Ja, ähm Das liegt beim Anwalt Das liegt beim Anwalt? Ja Okay Das ist ein bisschen, äh Sehr hoch Deshalb wollte ich das vom Anwalt erst prüfen lassen Okay Also hat er sich bei Ihnen noch nicht gemeldet? Nein, der Anwalt hat sich bei mir noch nicht gemeldet So eine Schnarchmasse Aber das hört sich auf jeden Fall besser an wie beim Herrn Neumann Weil der Herr Neumann weigert sich komplett seine Rechnung zu bezahlen für die Wartung Naja, kommt ja drauf an Wenn der Anwalt sagt, dass es zu teuer Dann werde ich es ja auch nicht sagen Aber es ist eine Prüfung erstmal Okay Ja, das ist mit der Rechnung mit der 08 am, äh 08 Das hat sicherlich, war ein Fehler von mir Okay, gut, freut mich Kein Problem Gut, dann danke ich erstmal Ähm, Sie haben es überwiesen oder? Ja, habe ich gemacht 30.500 Gut, notiere ich Einnahmen 30.500 100 Ähm Weil haben Sie eigentlich Ihre Steuern schon zurückgekriegt? Ja, die habe ich jetzt inzwischen gekriegt Aber das hat auch eine ganze Ewigkeit gedauert Dafür fragen, wie viel Sie da zurückbekommen haben Ähm, Bescheid habe ich noch nicht gekriegt Ich weiß nur, dass ich 27.000 gekriegt habe 27.000? Ja Okay, ja, weil Bescheid habe ich auch noch keinen bekommen Ich habe nur 30.100 bekommen Jo, das ist ja schon eine ganze Menge Ja Wäre ja aber anhand von Bescheid dann auch überprüfen Weil mir kommt es ehrlich gesagt zu wenig vor Ja Ja, ich weiß nicht genau, wie das sich berechnet Aber wie gesagt, ich hatte Für letztes Jahr auch noch nicht so viel eingegeben Ja Ähm, gibt es da in deinen Tagstand hinsichtlich Bürgermeister und Gemeinderat? Nee, das ist noch in der Schwede Weil zuletzt auch nicht so viele Leute da waren Oder erreichbar Okay Äh, Sie können ja gerne nochmal Äh, mit ein paar Leuten reden Und dann müssen wir halt mal Ja, kann ich gerne machen Ich weiß ja nicht 50% brauchen wir ein Minimum Oder 51 Firmen Ja, ich denke, die werden wir auf jeden Fall zusammenreden Beziehungsweise, wie lange sind dann die beiden schon im Amt drin? Oh Gott Nicht, dass da sowieso Neuwahlen anstehen Äh Naja, das Problem mit den Neuwahlen ist, dass eigentlich die hätten stattfinden müssen, seit der Herr Müller-Lukas nicht mehr da ist Weil seitdem sind es ja nur noch zwei Leute im Gemeinderat Ja, also Und wie, äh, Sie hatten ja mal gesagt, Sie hätten da vielleicht noch einen Kandidaten als Bürgermeister Äh, ja, dann müsste ich nochmal nachfragen Ja, das könnten Sie doch einfach mal in die Wege leiten Ja, können wir machen, auf jeden Fall Und dann, äh, soll er einfach mal vorbeikommen und dann gucken wir uns den an Und dann, äh, schauen wir mal Ja Okay Gut, ist hier organisiert einfach mal und dann schauen wir weiter Also, Neuwahlen müssten auf jeden Fall sein, weil, ähm, es nicht mehr genügend Leute im Gemeinderat sind Ja? Ja? Ja, okay Gut Stunner Ähm, das Stunner Ähm, das Stunner Ähm, ja Ja Regel der Rechnung 08 Ihr habt den Fehler gefunden Es war nicht der MAN, das wär der, äh, Holzauflieger gewesen von Ihnen Holzauflieger? Ja Ja, das war angeblich von Ihnen gewesen Das ist aber, äh, ein großer Unterschied, ob es ein LKW oder ein Anhänger ist Ja, da hab ich die Bezeichnung wahrscheinlich nicht geändert in der Heile Okay Ja, dann überprüfen Sie doch nochmal Ich schicke Ihnen die Rechnung nochmal zu und dann können wir das machen mit der Bezahlung Ja Machen wir so Gut Da bin ich grad nachgeprüft Bis dann Wiederhören Ciao Ja Also Doch nochmal ne Rechnung, ne Aber Ups halt Da wird man mal schön warten, bis die eintrudelt Und dann schauen wir weiter So, 30.500, äh, L.U. L.U. Damit sind meine 27.000 Euro Steuern, äh, ist schon wieder weg Ah, Mist, ey So, ich glaub hier hab ich ungefähr die Hälfte Ja, sogar ein bisschen mehr schon Genau, da wächst schon wieder das Unkraut Ah, naja Wir müssen sowieso morgen spritzen Zumindest auf dem anderen Feld Oder ich hol mir mal einen Striegel Ja, ein Striegel, da musst du halt Musst du halt rechtzeitig anfangen, ne Damit sich das auch lohnt Damit du das Unkraut auch runterkriegst Und wenn du dann im Timing nicht richtig bist Dann bringt's dir auch nichts Aber Vielleicht Wohnt sich das doch Ich guck mal grad ins Internet Ähm Das ist Kreiselecke Ah, ne, hier, Striegel 12 Meter 15 Meter 45 50.000 Wie gesagt, ist halt die Frage, ob sich das lohnt Wenn's dann Ding, ling, ling, ling Hallo, hier ist der Norman Jo, voll willkommen Ja, moin Ähm Kennst du dich mit Striegeln aus? Igeln Striegeln Striegeln Nämlich mal überlegen, ob ich mir so ein Teil zuleg Ich weiß nur nicht genau Äh Wie lange ich das einsetzen kann Achso, so meinst du das Ja, nicht, dass ich mir die Die Aussaat, wenn die ein bisschen gewachsen ist Schon wieder raus Äh, rausziehe Also, Striegel bringt halt nur In der ersten Wachstumsphase halt vom Vom Umkraut was Wo die Wo die Wo das Umkraut noch schön klein ist Da bringt das nur was Dann brauchst du auch Äh Willi Nicht, nicht Zwillingsbereichen Mann, Pflegebereich Zwilligebereichen Jaja Okay Und das würde nur bei der ersten Stufe Wenn die zu groß sind, dann musst du Pflanzenschutzmittel auftragen Okay Das heißt, ich müsste halt genauer gucken Ähm Wie groß das Unkraut ist Ja Okay Und wenn ich jetzt ausgesät hab Und das ist gewachsen Wie schnell kommt das dann wieder? Vor der Ernte? Also Also Während der Ernte kommt es auf jeden Fall Ich glaub das Wenn das wieder kommt, weiß ich nicht mehr Hm Hm Ja auch unterschiedlich Kommt ja auch auf dem Boden auch noch drauf an und so Ja klar, ich dachte mal Vielleicht gibt's da irgendwie eine Faustform oder so Äh Äh Da wüsste ich jetzt nix von Ich hab noch nie wirklich Striegel benutzt Außer damals beim L.U. Ja eben Ja eben, deshalb dachte ich L.U. L.U. Ja, du kannst das auch noch mal Ne, von Striegel hab ich nicht so Ahnung Musst dir mal ein paar Pferde kaufen BAU Okay Gut Aber danke schon mal Ja, bitte Ciao Ciao Na Na Okay Also das nützt nur was, wenn das Unkraut noch klein ist ist Hm Hm Okay Dann, äh Lohnt sich's wahrscheinlich nicht mehr einen Striegel anzuschaffen Weil, ähm Das wär dann einfach, äh unpraktisch Dann muss ich genau auf dieses Auf dieses Zeitfenster achten Wann das Unkraut noch klein ist Und das hinzukriegen Das ist, äh Denk ich nicht so einfach dann Naja Naja So, wenn wir hier fertig sind, dann können wir schlafen Dann ist auch Feierabend, die haben wir gesagt Ich bedanke mich bei euch aber fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da Schaut morgen wieder rein Bis dahin Macht's gut Tschüss Und das ist das Das ist das Das ist das Das ist das